Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rainbow Six Siege, besser? Deine Nachbarn wissen das ja jetzt auch. Ja, alle wissen es. Ach, ich will nicht immer den gleichen spielen. Das ist nervig. Genau, nächste Runde probiere ich auch mal was Neues aus, glaube ich. Ja, spielst du Age of Empires? Kann man eigentlich mal machen. Age of Empires in der Ego-Perspektive. Ja, du musst die ganze Zeit zwischen den einzelnen Leuten wechseln. Die Einzelnen bewegen. Das wäre übel. Genau, dann verbretterst du die Türen und dann holza. Den Raum befestigen. Die Geisel muss ja nicht erfüllen. Oh, immer Geisel, ey. Geisel, Geisel, Geisel. Langsam geht mir das echt auf den Sack. Ach! Platziert und einsatzbereit. Soll ich wieder Dreieck und die Geisel bauen? In meinen Watten? Das war auf jeden Fall lustig. Es bringt noch nichts, wenn wir an den sterben. Huah! Wir sind ganz oben, oder? Ähm, ja. Geisel rein, AVS. Gibt's Westen? Irgendwo? Gibt's Westen? Gibt's Westen? Gibt's Westen? Nur noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Jetzt können sie kommen. Ich schiebe mich an der Wörter. Achtung! Die Gnaden haben sich in Kontakt zur Seite. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Stacheldraht wird ausgelegt. Gibt's Westen? Ne, gut. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Feinde gefunden. Mocha. BB-28 aufgebaut. Oh. Nein. Ach, ehrlich. Ich bin bei mir hier. Ein Schuss, ey. Ja, genau. Das war sehr witzig. Mein Plan ist aufgegangen. Alter, wir gehen da ab. Der wurde gefused. Ähm. Da müsste der Fuse noch kommen, rechts. Alter. Schieb. Irgendwas hat mein PC gerade komisches gemacht. Jod, Schillträger. Ah, f*** dich, Alter. Nicht hier raus, Hauke. Nicht hier raus. Was soll ich sonst tun? Geh hinten rüber. Da kommt einer. Jawoll. Ich bin tot. Da, wo ich gestorben bin. Fitsch, ich war geblendet. Ich hab nichts gesehen. Schieß an der Geise gleich vorbei. Ja, sag mal. Ja, sauber. Ja, schönes Ding. Ach, puh. Hey, Paschi, noch drei Abschüsse deine Aufwandstütze habt. Ja, ich stelle das Spiel jetzt auf eins. Ich hole mal einen Kaffee. Guck mal. War witzig, ihr kennt doch vorne da diesen, dieses kleine, diese, diese, diese blaue, sehr empfangs, äh, diese Tresen vorne. Geht ihr den? Da hab ich mich stumpf reingelegt und hab gewartet, bis einer an mir vorbeigelaufen ist. Das hat funktioniert. Ja, nice. Ja. Das hat wunderbar funktioniert. Ihr müsst die Geise lokalisieren. Das war lecker schlick. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht da, wo sie aufheben waren, weil ich hasse diese Gäste hier oben. Die Karte ist sowieso sehr, äh, gezwickt, also da sind sie schon mal nicht. Hello, oder was? Oh, Saft. Geisel gesichtet. Ah, gar noch gefunden. Zehn Sekunden, Tüte ist ein. Hahaha, man kann's da mal probieren. Noch fünf Sekunden. Das hab ich noch nicht erlebt, ne? Das die Runde vorbei ist, bevor... Ja, also leerlicht. Ich glaub, weil die Wände da auf der Seite nicht verschwärmt sind, auf jeden Fall ich nicht spür da. Was soll ich da rein aschen? Ja, warte mal, ich hol da eben die Kamera weg. Sie sind da die, die, die geasht. Das war ziemlich witzig. Ich lade meine Leiter zu. Soll ich, soll ich rein aschen? Ja, warte, 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 warte. Jetzt kannst du da mal rein aschen. Ah ne, das verstärkt alles. Oder nicht, ab hier ist ver... Aber aschen kann trotzdem die verstärkte, ey, zumindest die Tür da aufmachen. Aber links daneben ist auch offen. Genau. Was wollt ihr aufmachen? Linker Seite, würd ich sagen, wo das Holz ist. Was da? Das? Ja. Einen hab ich angeschossen, einen hab ich getötet. Richtig schnell. Braum ab. Wer ist mit dich getötet? Scheiße. Drohne unterwegs. Ich lade mein Magazin! Bosse. Der müsste ich rausloggen. Ja, einen hab ich da auch so noch gekriegt. Aber ich wollte... Ja, vermissbar. Nur noch ein Gegner übrig. Der müsste hinter Hauke, äh, Alex dahinter der Holzwand müsste der sein. Splittergranate! Guck mal. Moment, ist da der? Da ist der doch. Ich hab den gesehen bei dem Loch. Ah! Oder? Der ist weg. Der war bei der rechts. Ausbrauchentdeckung! Was ist der? Da! Holt doch einer die Geisel! Die Entfernung ist doch nichts, Alex. Nö, ich weiß. Lock ihn noch ein bisschen. Geiser! Ah, schade! Schade! Geisel! Jawoll! Renn! Oder ist renn! Nein, hier ist zu! Dann halt so. Ja, bestimmt, dass einer schon mal die Geisel geholt hat. Wenigstens wollte's Notfall-Pierre. Das war, das war sehr gut. Wir opfern noch gerne drei Operatoren für eine Geisel. Ich hoffe, der Typ hat Geld, ey. Erwählen nicht, ey. Dann stecken wir ihn sofort da wieder rein. Ich ne, wie der Klappgann. Dem läuft das, glaube ich, heute ganz gut. Ja, guck mal, da wurde mir die Entscheidung abgenommen. Sehr cool. Genau. Unbewaffnet. Mit Fäusten. Alex seine Priorität. Ja, klar. Alex kriegt auf einmal so'n Kämpfer von Streetfighter, weißt du? Hehehe. Round one. Fight! Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Oh, ist das... Nee. Ähm... Hat jemand der Besten? Nee, ne? Nein. Ich servis den. Oh! Die Position der Geisel ist rot. So, ein bisschen. Wir haben noch drüber. Das ist ein bisschen. Oh, ich wurde entdeckt. 10 Sekunden. Das ist nicht die Suche. Das ist so gut. 5 Sekunden noch. Ach du Sudele. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Zugangssperre angebracht. Vom Fenster wegbleiben. Oh, hier sind sie schon. Drei Schildträger. Drei Stück. Ich hab's alle markiert. Vier Stück sind hier. Wer hat hier denn aufgemacht? Warst du das, Alex? Nee. Drei Schildträger. Habt ihr das aufgemacht? Krass. Das ist volles Programm hier. Ja ich war's. Mal es! Ich will ganz gefeiert. Ich will das jetzt. Witter. Du hast da direkt neben mir er. Bist. VierTER Genau. Unter uns. Unter uns. Oh mein Gott hier sind zwei Stück. Die Feine sind in fliegelnden Die Füsten sind platziert Sehr schön Auf alter Alex Die haben dein Zivil zerschossen, ne? Das sie doch einfach kommen Alex ist nicht schlecht Ah sau Ja Zwei Schildträger sind noch da Zwiegel, Schwerfeuer Schwerfeuer Nein, nein Ich hab's versucht Alex Das war nicht genug Bisschen weiter rüber Spatze Ja Ey lass Ich lade nach Ich setze den Herzschlagsensor ein Da hat keine Munition mehr Wo ich liege? Alle drei sind da übrigens Da kommt einer, Achtung Hab ihn, liegt Komm hoch, komm hoch Ein Moment Da ist ein Schildträger unten Ein Gegner Sauber Der Letzte ist auch da Also der Letzte ist da Ich suche nach Feinden Der steht da den Gang durch Der haut jetzt ab Warte Der ist immer noch da Der steht in dem Gang Ich seh den Der kommt jetzt wieder Der sieht deine Beine Vorsicht Nein, ne Nein, ne Waschi, sonst hol den von hinten Da müsstest du doch eigentlich ran können, oder? Wie, was meinst du denn? Worum? Ähm, warte mal Bleib so, bleib so Der hat noch eine Minute Da ist er Oh nein, ey Bleib da Don Schleck, bleib da Bleib da, Matze, bleib da Der rusht gleich Nicht bewegen Halt alt gedrückt Und geh sogar noch einen Ticken weiter nach links Dass er dich nicht gleich als erstes Ne, nach links Da kommt ja doch Da, da, da Eine Drohne war das Irgendwas hat da grad das Schild weggeschickt Ähm, shhh, der bewegt sich Waschi Ahhhh Alter Helfall 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 Ja, aber das war ne geile Wunde, alter Guck mal halt wie das da aussieht Ey Das war mal ein Gefecht Das war richtig witzig Du wirst auch durch deinen Puls Deinen Puls Sensor benutzen können eigentlich Ja, aber das dauert zu lange Wenn der den auf- und absetzt Das dauert richtig lange Da, äh, ich hätte die Wumme gar nicht schnell genug Alter, warum sind wir denn nur noch zu fiert, ey Aber der andere nicht, nicht, äh Der konnte sich das nicht mit ansehen Der kann den Skill halt einfach nicht abhängen Das war echt ne krass Runde, Mann Was wir da für den Weltkrieg ausgelöst haben Alter, Bashi, sieben Kills Das ist echt deine Runde Ja, endlich mal Ich glaub auch die Aufnahme ist grad abgeschmiert Ich brauch noch 40 Punkte, nein Krass Ihr müsst die Geisel lokalisieren Ah, das ist ärgerlich Dass wir das grad nicht gewonnen haben Ja, das war doch auch nicht krass Hätten wir verdient gehabt eigentlich Und für die Schlacht mit den Schildträgern Schön, dass wir alle mit Verlau sind Naja, anderes Gebäude Ach ja, war ja klar Ganz oben Hätten wir, ganz oben Hätten wir, ganz oben Ganz oben Ganz oben Trifst du Alex? Nein, da hinten geh nicht. Warte. Ah, die lürfen auf jeden Fall, ne? Und hier ist alles voll mit Stacheldraht. Haben die richtig gut gemacht. Ja, ich bin tot. Du meinst hier drauf? Ja, ja, meine Drohne. Ich fahr auch noch mal rein. Oh Gott, die Sprengartung wird eingesetzt. Die Sprengartung wird eingesetzt. Ist der Don schon drin? Nein, nein, nein. In dem Raum ist noch nichts. Ein Raum weiter. Warte. Du bist doch Ash. Geisel gesichtet. Sehr gut. Ziele entdeckt. Zweiter Stock. Ne. Ich wurde entdeckt. Scheiße. Komm mal bitte hin da eben. Wo? Da. Du sollst aufs Fenster gucken. Ich will die Kamera suchen. Wo war die denn? Die ist unten bei dem Anleger. Ja. Ach, da hinten? Ja. Jetzt haben wir es endlich. Okay. Einer drauf. Pass auf. Schießt einer drauf auf das Fenster? Auf meins hier. Ich geh mal hier hinten rum. Mal zählen, ist noch so ne Holzmauer. Guck ich mal hin. Ach, die ist verstärkt verdammt. Aber hier ist auch ne Tür. Alex. Erschränkt mich nicht so. Buh. Warte. Alles verstärkt. Ah! Ahahahahaha. Ich hab nur das Fenster aufgeschossen. 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 Oha, ich hab aber auch grad einen haben kressiert. Alter, wie geil. Sauber. Bashi, bist du drin? Ja, ich bin jetzt hier auch wieder raus kurz. Aber ich war grad drin. Auf das andere Gebäude und bin eben... Da hast du eine gute Idee. Oh, 50 Sekunden Leute, stopp. Ja. Wir müssen da rein, Alex. Komm her. Hier geht's lang. Ich geh vor. Ja, natürlich gehst du vor. Hier gibt's keine zwei Meinungen. Pass auf. Schockdraht unter dir. Und jetzt rein. Achtung, Explosion. Los. Vorwärts. 30 Sekunden. Ich bin jedes Mal. Hier ist Schockdraht. Ich bin hier. Schockdraht. Schreckdi kommt zurück. Ah, fuck. 19 Sekunden. Na nee, er kam voll igen. Ach, ihr habt voll die Tange mit ihr reiht. Eigener Trupp neutralisiert. Ach, das ist doch kacke grade. Das lag daran, dass wir verloren haben, weil wir zu lange draußen rumgeeiert haben. Das lag auch daran, weil die andere Schwuchtel das Team verlassen hat. Ja, wir gucken nochmal eine Aufnahme, wie der heißt und dann adden wir den und dann flamen wir. Genau. Huck, wie hattest du den anderen genug geflamed? Himbeer-Heini. Du Himbeer-Heini. Echt, ey. Schlimmer gibt's nicht. Das nagt an ihm. Ja, genau. Bis heute. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Ich versteh die Map auch nicht. Ich auch nicht. Mach mal hier. Mach mal hier. Hier. Da muss eine hin. Noch fünf Sekunden. Sicherheitsabstand halten. Ich lege Stacheldraht aus. Kommst du? Gute Arbeit. Standort der Geisel weiterhin unbekannt. Ich guck mal, ob ich noch mit der Kamera was sehen kann. Die Wand ist verstärkt. Ich setze den Sensor ein. Ich habe die Feinde gesichtet. Einen habe ich markiert aus der Richtung. Kommen die auch? Ich geh mal hier ins Badezimmer. Ach, da hinten. Alter, hab ich ein Schwein, ey. Schüsse? Bei wem? Oh, okay. Hier vorne. Hinter Basik quasi. Ich hab auch einen erwischt. Ich hab auch einen erwischt. Ja, sauber. Aber... Ich bin auch gut. Mist. Ach, wie ärgerlich, dass der mich dann auch erwischt. Firmiten hier. Ich brauch Hilfe, Leute. Ich bin alleine. Leute, ich geh da hin. Safety. Wir haben alles oben gemacht. Au, der Don oben. Sehr gut. Bleib ein bisschen bei Lars. Sonst ist die Geisel ganz schnell weg. Ja, wenn ich da jetzt runtergehe, werden wir jetzt weggefischt. Ja, aber nicht betot. Jetzt betot. Die wussten, wo ich war. Wenn man dann immer überschnell reagiert, dann ist das Spiel halt verloren, ne? Was? Ja, die Geisel wurde evakuiert. Das haben wir doch gerade eben gesagt. Ja, das ist halt das Ding. Wenn wir zu viert sind... Das ist einfach einer zu wenig. Da kannst du nichts machen. Da müssen dich zwei rumlöken. Das ist einfach so. Ja, aber wir hätten ja auch nichts machen können. Wenn wir da alle stehen, werden wir weggefused oder so, ne? Ja. War jetzt schlecht, aber... Aber hier, guck mal! Neun Kills. Neun Kills von Hotze verloren. Trotzdem. Bringt ja nichts. Ja. Also, ne? Reingehauen. Reingehauen. Bis dann. Tschö, tschö.